Seit dem 21. Januar 2022 geht das RTL-Dschungelcamp in die 15. Runde. Bei den Promis ist die Show wegen ihrer guten Gage besonders beliebt. Auch die Karriere von einigen Stars erlebt so noch mal einen Aufschwung. Doch wie viel verdient eigentlich das Moderatoren-Duo? Ohne Sonja Ziedlow wäre das Dschungelcamp nicht das Gleiche. Denn sie ist schon seit Beginn der Show im Jahr 2004 dabei und belustigt die ZuschauerInnen mit einer großen Portion Sarkasmus. 2013 schätzten Experten ihr Gehalt auf 40.000 Euro pro Sendung. Ein guter Marktwert für die Dschungelcamp-Moderatorin. Allerdings ist davon auszugehen, dass sie 2022 noch mehr verdient. Ihr Kollege Daniel Hartwig ist erst seit 2013 Teil der Show. Sein Gehalt lag zu der Zeit bei 4.000 Euro pro Drehtag. Doch auch hier kann man damit rechnen, dass seine Gage in den vergangenen Jahren ordentlich angehoben wurde.